Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Forza Horizon 4. Heute geht es nur um eine klitzekleinigkeit, falls es euch ganz genau so gehen sollte wie mir und ihr auf der Suche seid nach der Schnellreise. Mir ging das so, ich habe immer gedacht, ich denke, meine Güte, ich möchte doch einfach nur schnell von A nach B oder sprich zu irgendeinem Rennen hin, zu irgendeiner Location hin, zu einem Gefahrenschild. Es gibt eine Million Gründe, eine Schnellreise zu machen in Forza Horizon und normalerweise kennt man das, man scrollt sich dorthin, wo man hin möchte, drückt auf X und zahlt dann halt Summe X, je nachdem wie viele Gefahrenschilder oder besser gesagt, wie viele Schnellreiseschilder man schon umgehauen hat. Anschließend zahlt man ja später gar nichts mehr, wenn man alle Schnellreiseschilder gefunden hat. Vorher zahlt man halt Summe X, je nachdem angefundenen Schildern und kann schnell reisen, nicht so in Forza Horizon 4. Das ist Punkt 1, was einem fehlt und Punkt 2, was einem ebenso fehlt ist, ich spiele ja meistens ohne Musik, damit meine Aufnahmen nicht irgendwelche Gamer Musik enthalten und habe dann aber jetzt extra trotzdem mal eine ganze Zeit lang die Radiostation abgegrast nach einem Skill Song. Weil es gibt ja auch in Forza Horizon 3 diese Skill Songs, das heißt während das Lied läuft, der DJ sagt es vorher an, erhaltet ihr doppelte Skill Punkte. Auch das nicht da, ganz, ganz schade, aber es versteckt sich. Es versteckt sich einfach nur, die Sachen sind da, sowohl die Schnellreise ist da, wie auch die doppelten Skill Punkte. Das einzige, was ihr dafür benötigt, sind die neuen Spielerhäuser, richtig. Zwei Stück haben, also besser gesagt, jeweils ein Haus hat ein Perk. Das bedeutet, wollt ihr die Schnellreise, kauft ihr Haus A, wollt ihr die Skill Punkte, kauft ihr Haus B und so habt ihr alles zur Verfügung. Ich blende euch hier natürlich ein, welche beiden Häuser das sind und wie viel Geld ihr dafür auf den Tisch legen müsst. Und wenn ihr diese beiden Häuser habt, dann habt ihr A, die Skill Songs und B, die Schnellreise freigeschaltet. So einfach ist es, so einfach kann es sein, ist mir erst ganz, ganz spät aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, na gut, Rudi, das Spiel steht vor der Tür. Hau das mal so als kleines Infovideo raus, da bist du bestimmt nicht der Einzige, dem es so ging, dass er die Schnellreise gesucht hat und deswegen hier von mir der Hinweis, wie ihr an die beiden Sachen gelangen könnt. Ich hoffe, das kleine Video war für euch informativ, es hat euch geholfen. Wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht sogar den Kanal abonniert, denn halt, ihr wisst es, genau mit Glocke aktiv verpasst ihr hier kein neues Video. Und ich würde mich wahnsinnig natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und verabschiedet mich und sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Rudi.